hallo hallo hier sind wir wieder genau sandra und franzi wer uns noch nicht kennt hier nochmal unsere namen wir haben gedacht heute kommen wir mal ein bisschen sommerlich leicht daher sprich ich in weißer musselin baumwolle in meinem leichten hängerchen und sandra in ihrer zauberhaften passende steckerei bluse und die haben wir natürlich und in der mom jeans wie immer aber wir haben noch eine deswegen noch mal erstmal anpreisen die letzte meinte nämlich vorhin zu mir franzi ich hab heute schon wieder die jeans an ich so du es gar kein problem wir haben die noch dann preisen wir die noch mal richtig an also eine mom jeans ist noch da in größe 36 weiß die ihr zum halben preis käuflich erwärmen könnt hier im lädchen ja das ist wirklich super also er haben ihn nur empfehlen sie ist auch top aus dann gedanken wir morgen vielleicht auch mal wieder anziehen sehr inspiriert also dann zeige ich ja noch die schöne lochstickerei bluse wir haben sie natürlich in weiß ganz schön gestickt und in einem tollen oliv also kann man mit dem schal kombinieren perfekt für die jahreszeit mit unseren bodybags könnt ihr die natürlich auch super kombinieren ob man die jetzt zu einer langen jean zu shorts tragt ist eine reine baumwolle einheitsgröße und auch gerade ganz ganz im trend sozusagen dann ist heute im bestseller kleid wieder gekommen das hast du dir glaube ich hingelegt das war jetzt schon einmal ausverkauft unser gestreiftes hemd blusen kleid der dritte in einem tollen beige ton gestreift perfekt zum knöpfen und in den koffer kann man das knöhen wenn wir jetzt wieder reisen dürfen genau wir haben ja gehört ab freitag oder samstag meine samstag fällt zumindest ja die testpflicht für die außengastronomie und für den handel das bedeutet ihr lieben wir werden dann also auch ab diesem samstag wieder samstags für euch geöffnet haben 10 bis 14 uhr könnt ihr gerne kommen wir freuen uns auf euch und andernfalls gelten ja die öffnungszeiten die erkennen für die woche dienstag bis freitag genau und dazu zum thema reisen wäre so ein koffer kalt ideal ihr könnt die arme hochkrempeln da ist so ein kleiner halter ja man kann es aufgeknöpft tragen mit mit dem bikini badeanzug drunter macht auf jeden fall jeden fan mit ja sehr schön an der seite noch einen kleinen schnitz ja genau passend zum thema urlaub haben wir uns gedacht die biene von edelbund ja die hat ja immer ganz tolle styles das haben wir jetzt weiß im champagne also fritten und champagner gibt es auch wie ihr vielleicht noch daran erinnern könnt als es wetter den zweite haben wir jetzt nachbestellt als auch das shirt kommt ich denke morgen dhl daumen gedrückt also morgen oder freitag an dem liedchen in den farben aprico und mint trägt sich super ist ganz weich auf der hand und ihr findet motto einfach nie oder genau ist einfach damit hat man denke ich auch immer nettes gesprächsthema gleich wenn man mit so einem slogan daher kommt denke ich doch oder genau da bin ich auch ja das war es heute eigentlich schon von uns wir wissen noch schnell genau genau also wir kommen mal wieder ran wir machen flimm die wimp genau die ganz tollen ohrringe von ross ja die sind aus dem kunstharz liegen bei 17 95 und sie hat und sie hat vier bis fünf farben hat sie glaube ich ne also ross fertig ja ganz individuellen tollen mode schmuck an gar nicht mehr wegzudenken hier aus dem sortiment vom liedchen nee das stimmt also ihr lieben freut euch es gibt wieder lockerung wir freuen uns auf euch freuen uns miteinander über euch also über alle ja genau hast du gut gesagt in diesem sinne bis nächste woche ja tschüss geht's